Die Stadt, obwohl alle wissen, dass sie gar nicht alt ist, seit 1945 ist die aufgebaut, war ja nix. Das ist eine neue Stadt, das ist keine Eisstadt. Sie sieht so aus wie alt. Sandstein, auch wenn Sie genau hinkommen, ist der Sandstein so dick und es sind keine Sandstein vor allem, das ist Sandstein von mir und dahinter ist Beton, Stahl, Stahl, Beton, Beton, Stahl, Stahl, Beton. Das nennt man normalerweise eine Dekoration, wenn man negativ denkt, das ist halt fake. Das ist nicht wahr. Der Sandstein, der da vorne dran ist, der täuscht was vor, was dahinter nicht ist. Wenn der Sandstein jetzt nicht aus Stein ist, sondern aus Holz, 0,5, fast nix. Dahinter kommt eine Spannkarte, dann ist das ganz genau das Gleiche. Die Designer lernen alle, und da war ich mit dabei, die lernen alle, dass im Design die Wahrhaftigkeit, eine ganz wichtige Rolle steht, natürlich nicht bescheuert. Sondern es muss wahr sein, was sie machen, es muss wahr sein, was sie zeigen, es muss wahr sein, was man sieht. Wenn man Holz sieht, man weiß, da ist gar kein Holz drunter, das sieht nur so aus. Das ist Gott sei Dank kein Laminat, das ist doch schlimm. Dann ist es schwierig. Das wollte ich jetzt nur anmerken, ich will da jetzt nicht frei dazu zu sagen. Aber für unsere neuen Schreiner, die jungen Schreiner, noch ein bisschen was zu nachdenken. Jetzt komme ich zu Anna. Anna Domaischen, ist die da? Ja. Komm und zu. Anna Domaischen hat den Tisch gemacht. Ich bin da. Dann war's. Ich bin da. Das war's. Das war's.